Musik Guck mal, wie weit der Junkie ist mit meinen Waffen. Musik, jetzt habe ich einen MP3-Player. Hast du einen neuen MP3-Player? Ja, okay. Dann machen. Du hast eine neue Ausgabe gekauft. Stark. Aber ich fühle mich wie auf dem Weg nach der Türkei. Auf dem Weg nach der Türkei, aber wir haben diesen Rumänien weggenommen. Wir gehen nicht über Rumänien fahren wir nach der Türkei. Bulgarien-Grenzeweg, Digga. Oh, das macht so Spaß gerade. Okay, es dauert noch eine Weile. Wir haben den Turgut bester DJ am Räumen. Schst! Aziz! Aziz! Salam und Aleyküm! Das ist mein Onkar. Aleyküm Salam. Wie gefällt dir meine neue Kutel an? Das ist mein Onkar. Steig oder nicht? Bist du nicht Antar? Bist du Aziz? Was soll ich verarschen? Bruder, Wallah, was haben wir? Ihr beide Glatz da am Räumen. Salam und Aleyküm! Salam und Aleyküm! Aleyküm Salam, Yerim. Mal, ich will dich nicht unterbrechen, aber verzeiht mir die Respektlosigkeit. Aber weil wir ein, zwei Wörter ausgetauscht haben, bist du auf einmal mein Onkel geworden, oder was? Wallah, ich weiß nicht. Die Leute verstehen das falsch. Verstehst du, du erzählst auf der Straße, du bist mein Onkel, ich bin dein Neffe, Yerim. Weil wir ein, zwei Wörter ausgetauscht haben, sind wir so geworden jetzt? Wallah, ich! Guck mal, Habibi, ich mag keinen Fotman. Doch, ich mag Fotman, ist kein Problem. Aber dieses Problem, ich habe gerufen, wie gesagt, ich bin ein Onkel von Fanasi. Halt Allah, ich gucke, von meiner Tür kommen auf einmal ganze Bande vom Taxi, ja. Alle gelbe Klamotten. Ja, damit wir, ich wollte nur einmal in dem Raum besprechen, dass er auf jeden Fall nicht mein Onkel ist. Und Maho, ich mag dich sehr, aber in Zukunft lass das sein mit Onkel und Neffe, Yerim. Mach mich nicht klein. Tamam, das verstehe ich. Worüber geht diese Geschäfte? Mach die Geschäfte hinter meinem Rücken. Lass doch zusammen Geschäfte machen, verstehe ich jetzt nicht. Hala, diese Geschäfte, was ich dir gesagt habe, wollte ich aber Aziz auch sagen. Aziz, du weißt doch, unser Geld ist dreckig. Ah, euer Geld ist dreckig. Dein Geld nicht? Ja, ich habe mein Geld immer zauber. Zahlen die Leute mit Karte deine knarren, oder wie? Machst du Rechnung, Yerim? Weil, verstehe ich jetzt nicht. Wer ist diese Opa? Oh, diese Opa ist schwer. Es ist Legende, diese Opa ist Legende. Ist du Mexikaner Opa? Nein, Spanien. Spanien. Achso, Spanien. Hä? Spanien! Hä? Spanien, Spanien. Onkel, Spanien, Spanien. Äh, Spanien, machst du Haschisch in Spanien, oder was? Oh, nein, nein, ich bin, äh, legal unterwegs. Das Problem. Legal unterwegs? Hast du Immobilien in Spanien? Hä? Immobilien! Äh, nein, 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 nein. Äh, Opa? Geht hoch deine! Geht hoch deine! Geht hoch deine überhaupt? Nimm keine Tabletten Opa, du kriegst Herzefakt. Olam, die wollen dich umbringen. Opa, komm einmal zu dir. Ich gebe dir Honig. Du machst Liegestütze ohne Hände. Das Problem ist, wenn diese Honig ist, meine Beine wenden Sie, verstehst du? Maho, Onkel, Opa, ich verabschiede mich, ja? Wir sehen uns. Opa oder dein Name? Mein Name ist Lamansa. 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 Nein, ich nenne dich Opa. Aziz, Aziz! Wallah, ich habe Kopfschmerzen. Ich glaube, ich ziehe die Maske noch. Am Ende kommt hier. Und eine große Maske. Lach nicht, ja? Aua. Ich kipp dir eine Rasie. Aziz, ich küsse deine Augen. Hast du das Bruder, ja? Bruder, lass sie doch. Hast du was mit dem Rasierer kaputt gegangen? Nein, das Problem. Habe ich gehört immer sagen, die Seiten auf Ziffer, auf Kontostand. Mein Kontostand fehlt, deswegen habe ich seit der Glas in Oben weggemacht. Ja, stark. Was soll ich dir erzählen, Bruder? Sag mal, über dein Leben habe ich dich noch kennengelernt. Erzähl mir, wie können wir rausholen von dieser Manike jetzt, die wir machen werden? Wallah ordentlich. Er sagt dir ehrlich, ich will mich nur reichen bei der Polizei. Ich merke schon, ha? So viel ich bekomme, ha? Benansa ist alles okay? Habibi, ich kann auch sprechen, ich bin nicht taub. Das habe ich gewonnen. Auf Wiedersehen. Ich hab ihn nicht. Nachfrage zum Beispiel.